Die Woche hat neu begonnen und es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, ist man eigentlich geneigt zu sagen, aber stimmt das denn überhaupt? Wenn wir hier mal den DAX angucken, dann sehen wir, dass seit dem Wochenende, nach dem Wochenende noch nicht richtig was gelaufen ist. Wenn man hier mal schaut, beim DAX beispielsweise sind wir eigentlich dann doch eher abwärts unterwegs, so richtig der Burner ist es nicht. Nach dem tollen Anstieg sieht das erstmal nach Ernüchtigung aus oder zumindest mal nicht wirklich begeisternd. Das ist der Dow Jones, in dem Fall der Dow Jones Future YM, nicht irritieren lassen, ist aber der Dow Jones sozusagen in der handelbaren Variante der massive Anstieg, den wir haben im 4-Stunden-Chart, sieht es noch imposanter aus und jetzt für die Abwärtsbewegung S&P 500, nahezu identisch, mehr oder weniger und das ist dann der Nasdaq. Naja, doch ein bisschen mehr Ernüchterung eigentlich, wenn man das so sieht. Wir hatten witzigerweise vor dem Wochenende darüber gesprochen, dass zumindest aktuell, das ist nicht immer so gewesen, aber die Märkte dann doch in Trendrichtung, nein Quatsch, was sage ich, am Freitag hauptsächlich nach oben laufen und dann in der Woche, so rum muss ich sagen, dann doch eher wieder die Ernüchterung kommt. Aber das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Rücksetzer fassen viele immer als ein sehr negatives Zeichen auf. Rücksetzer sind aber per se erstmal auch nur eine Information, die wir als Händler bekommen, nämlich auf welche Art und Weise passiert das Ganze. Und da muss ich sagen, so schlimm, so dramatisch sieht das noch nicht aus, denn wenn ich mal den Anstieg hier beim Nasdaq vergleiche mit dem jetzigen Rücksetzer, dann sieht das eher im Moment noch korrektiv aus. Auch das sieht eher korrektiv aus. Vergleicht mal so die Aufwärtsrichtung mit dieser Abwärtsrichtung. Also ihr wisst ja, häufig ist es entweder eine ABC, also irgendwie so was Krasses hier. Das ist hier, vorne sieht man das noch so ein bisschen, Schub, wackelig, Schub, also insgesamt eine ABC. Mitunter ist es aber auch einfach mehrfach wackelnd, aber eben korrektiv. Das heißt, ja, die Indizes kommen im Moment gerade alle runter, aber sie tun das auf eine sehr wackelige Art und Weise. Und das zeigt einfach, solange das so bleibt, solange der sich jetzt nicht massiv beschleunigt, dass lass ihn doch noch ein bisschen runterkommen, gerne auch noch ein bisschen mehr. Solange das jetzt nicht dramatisch an Geschwindigkeit zunimmt, ist das eine klassisch korrektive Bewegung und führt eben eigentlich dazu, auch hier beim DAX beispielsweise, im Index jetzt in diesem Fall, dass das eher eine Gegentrendrichtung ist. Und wir wissen, wie ist das so schön bei Gegentrendrichtungen. Wenn der Gegentrend rum ist, dann geht der Haupttrend weiter. Also wir haben eine realistische Chance, dass da noch ein bisschen was folgt. Also es sieht wirklich nicht wirklich dramatisch schlecht aus, sage ich jetzt mal. Im Gegenteil, das ist alles noch ganz eine easy Sache. Safe, was das angeht, wackele ich eben hier auf der Abwärtsseite und anschließend haben wir eine realistische Chance für eine Fortsetzung nochmal. Wie kann man das Ganze handeln? Natürlich im sehr kleinen, indem man sagt, komm, ich versuche jetzt mal hier auf einer ganz kurzen Basis hier einen Long-Einstieg zu gehen. Das ist etwas, was wir im Trade des Tages natürlich nicht angehen können, weil das zu kurz, zu schnell ist. Das können wir nicht schnell genug tippen, wie es am Ende umgesetzt werden muss. Aber was ihr euch natürlich selber angucken könnt, wenn ihr da auch immer wieder mal Hinweise haben wollt, mal Updates, mal Videobeiträge dazu, dann bei Born for Trading anmelden, dann habt ihr die Möglichkeit, das ebenfalls hier zu bekommen. Also macht das ruhig. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, das auch kostenfrei zu testen. Probiert es aus. Es ist ja kein Drama mit dabei. Und wenn es euch nicht gefällt, das hört eh dann irgendwann auf. Aber dann kriegt ihr solche Informationen auch nochmal. Natürlich, wenn das in einer Nummer größer stattfindet. Und das wäre mir fast noch lieber, aber vielleicht noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Sprich, bleiben wir mal hier bei dem 4-Stunden-Chart. Wenn der Kurs, na das war jetzt sehr schön gezeichnet, machen wir mal auf Stunde hier, dann haben wir es wenigstens ein bisschen besser hier aussortiert. Wenn der Kurs jetzt beispielsweise nach dieser Geschichte hier vorne, jetzt das, jetzt dieses hier nochmal einmal nach oben geht. Ihr erinnert euch, da gucke ich immer doch drauf, dieses Fünfwellige sozusagen und dann eine etwas größere Korrektur macht. Das soll ja auch kein Drama sein, es soll ja nur ein Rücksetzer sein. Haben wir hier ja auch gehabt. Ihr seht das, da könnt ihr die Relation so ein bisschen sehen. So die Hälfte der Strecke wieder zurück. Kann auch nur 38 Prozent sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Das sind klassische Rücksetzer-Niveaus, wo ich dann sage, das würde theoretisch passen, um anschließend dann eine Fortsetzung hier nach oben und dann wieder zu bringen. Also ihr seht, das ist noch ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Klasse, was redet er heute über die Eier von morgen? Aber wichtig ist trotzdem, dass wir diesen Zusammenhang erkennen, denn das ist so dieses klassische, dieses typische Bild, was es immer wieder gibt. Das hatten wir hier vorne schon. Manchmal sieht man es halt nicht. Also es ist nicht so, dass ich das immer auch sehe, aber wenn es sich so schön auserkennen lässt sozusagen, dann kann man sowas natürlich handeln. Wir hatten das hier vorne. Nur ein Beispiel jetzt. Eins von ganz vielen. Wenn ihr einen starken Anstieg habt, anschließend kommt der Kurs A, B, C nach unten, dann kommt eigentlich noch mal eine Fortsetzung, idealerweise eine, die ähnlich lang ist wie das, was wir hier vorne haben, so dass man ungefähr sich orientieren kann, wie lange das läuft. Das ist jetzt natürlich hier auch wunderbar dann aufgegangen. Das muss nicht immer so eins zu eins sein, aber das ist eine gute Orientierung. Dann hat man schon mal eine Idee, ungefähr mit was man da rechnen muss. Vorsichtig jetzt bitte nicht den Fehler machen. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt nur ansprechen. Oh, da geht er jetzt wieder runter. Dann können wir das jetzt nach oben fortsetzen. Dafür ist dieser Rücksetzer zu klein. Deshalb ist das mit den Fibonaccis eigentlich ganz praktisch. Wenn ich das jetzt hier noch mal anlege, ich lasse es ruhig mal beides parallel nebeneinander liegen, damit das klar wird. Hier habe ich den Fibonacci-Messer von dem noch Fantasiepunkt hier gemessen. Das wissen wir nicht, ob er dahin geht. Kann höher gehen, ein bisschen tiefer. Aber für die gesamte Bewegung wäre das der gesamte Rücksetzer und dementsprechend dann wiederum eine Eins-zu-eins-Kiste, also dass wir das, was wir da bekommen, dann nach oben bekommen. Da wir die Werte noch nicht haben, bitte das jetzt noch nicht als super ernst nehmen. Wir wissen ja noch nicht, wo der Punkt liegt und auch noch nicht, wo der liegt. Aber so kann man sich daran orientieren, eben recht einfach gesprochen. Hier in diesem Fall müsste der Rücksetzer dann aber auch, um Ähnliches dann zu bewirken, bis ungefähr hier hin laufen, um dann zu sagen, okay, was wir hier haben, das setzen wir dann noch mal fort. Wenn es jetzt hierbei bleibt, Fortsetzung ja, aber dann vielleicht doch eher in diese Gefilde, die wir hier haben. Ich hoffe, dass das so ein bisschen eine Anregung ist für euch, wie man auf den Markt da gucken kann. Ich hoffe, das bringt euch ein wenig Spaß, auch selber da drauf zu gucken. Macht das sehr gerne. Ansonsten, wie gesagt, Trade des Tages, Born for Trading, die Anmelde-Links hier auf Finanzmarktwelt.de sind einfach und easy zu erreichen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in den Märkten wiedersehen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.